Heute stelle ich Ihnen eine wirtschaftliche Alternative für mobile Durchflussmessungen vor. Der MF-Pro von Ott. Bestens geeignet für schnelle, unkomplizierte Einsätze unter rauen Bedingungen. Sein Sensor arbeitet magnetisch induktiv, hat keine mechanisch bewegten Teile und ist daher nahezu wartungsfrei. Zusammen mit dem robusten wasserdichten Bediengerät ist der MF-Pro zur Messung an konventionellen Messstangen nach dem klassischen lotrechten Verfahren konzipiert. Der integrierte aufladbare Akku hält 18 Stunden bei vollem Einsatz. Das Messprinzip ermöglicht in Verbindung mit der kompakten, strömungsgünstigen Sensorform die zuverlässige Messung selbst kleinster Fließgeschwindigkeiten in geringsten Wassertiefen. Kompromisslos einsetzbar, sowohl in sedimentreichen oder verkrauteten Gewässerabschnitten als auch bei turbulenten Fließzuständen. Das große Farbdisplay sorgt auch bei direkter Sonneneinstrahlung für hervorragende Lesbarkeit. Eine einfache Bediensoftware führt den Anwender schrittweise durch die Messung. Setup, Messdurchführung und Datenhandling sind problemlos erlernbar, auch bei wenig Erfahrung. Alle Daten sind sofort ablesbar und werden automatisch gespeichert. Die fehleranfällige manuelle Protokollführung entfällt, Ablesefehler sind ausgeschlossen und die Messung kann leicht von nur einer Person durchgeführt werden. Das spart vor Ort bis zur Hälfte der Zeit. Doch der MF Pro spart nicht nur Zeit bei der Messung. Auch am Schreibtisch geht's schneller. Berechnungen nach der Messung entfallen. Die Durchflussberechnung erledigt der MF Pro nach internationalen Standards automatisch. Die Daten können auf einen PC übertragen und direkt weiterverarbeitet werden. Der MF Pro von Ott erhöht Ihre Mobilität und bringt mehr Effizienz in Ihren Arbeitsablauf. Kompromisslos, robust, kompakt und nahezu wartungsfrei. Absolut bedienerfreundlich und enorm zeitsparend bei minimalem Personalaufwand. Automatische Datenspeicherung und Abflussberechnung. Optionale Ausstattung mit einer Druckmesszelle für automatische Tiefenmessung und Sensorpositionierung. Schneller Datentransfer und hervorragende Datenqualität. Das ist modernste Technik von Ott für quantitative Hydrologie. Weitere Informationen über Anwendungen und technische Details zum MF Pro finden Sie auf unserer Homepage. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, sagt Ihr Armin, Entwicklungsingenieur von Ott. Untertitelung des ZDF für funk, 2017